ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video dankeschön wie ihr wisst ich bin chauffeur und kurier und wie auch immer viel auf der strasse unterwegs durch den tag und es ist immer wieder lustig so videos zu schauen so crash compilations von anderen leuten wie sie sich auf der strasse verhaltet ich erlebe das jeden tag und ja was kann man dazu sagen ist immer wieder lustig das ist abgesehen davon das erste reaction video auf dem kanal ich hoffe es macht euch spass hinterlässt einen daumen drückt abonnieren drückt aufglocken drückt dort und wenn nicht scheiss egal okay los geht's ja mit dörf ist immer so eine sache er hat zum glück ein kombi an so wie es aussieht aber ich frage mich wo der herr wo ist stand er ist ja ganz krass ja mit dörf ist immer scheisse das hätte er wollen überholen oder was hallo oh jetzt gibt es zu fressen ja das hat nicht ganz gelangt das scheisse mann auch krass und der natürlich auch nicht schoner ohne gar nichts oh 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 shit ungebremst man krass einfach durch man nein 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 ja man müsse da vorne schauen und gleichzeitig spuren wechseln ist immer so ein wenig schwierig manchmal bergüssnige jetzt rote kreuz im einsatz oh aber aber voll gas abgeräumt Oh shit, Mann. Oh shit. Oh shit, Mann. Krass. Oh, LKW fährt auf die Seite. Er macht einfach nichts. Er macht einfach nichts. Eishalt. Aber so wie es aussieht, ist das ein Geisterfahrer wie der andere. Oh shit. Ja, die haben wir am liebsten. Die haben wir am liebsten. Oh shit. Die haben wir am liebsten. Die Fussgänger, die einfach rauslaufen. Und er hält ab. Ach du Scheisse. Moment. Hey. Kommt aber auch mit Überschollen. Shit, Mann. Krass. Ja, geh auf die Seite zu Hause. Aber er hat es geschafft. Er hat, ja. Nicht schlecht reagiert. Oh shit. Schwankende Lastwagen. Oh, 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 oh shit. Ja, zum Glück kein Auto in der Nähe. Die zwei grossen, die verkraftet das. Er muss Fahrer. Ja, das ist ja nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber er kommt Vollgas anzufahren. Und die Frau ist geschockt. Ja, das ist Eis und Geschwindigkeit, das kennen wir. Oh shit, es ist schon am Schwanken, man. Ja, in dem Moment ist es schwierig. Man kann nicht mehr viel machen, wenn es einfach langsam bremsen, langsamer werden. Aber wenn er so stark schwankt, ist es schwierig. Yo! Oh, wie geil, wie geil! Wupp! Und Smart im Wasser! Oh, zu schön, Mann! So geil! Was ist denn, ob es eine Flucht war oder ein, also hallo? Ein Mensch! Krass! Ah ja, da kann ich auch anschöpfen. Ah, die Cops nebenan! Ah, oh shit! Ah, blöd gelaufen! Ui! Ui! Ebene! Ah, wenigstens niemand reingefahren! Niemand reingefahren! Ja, ja. Ah ja. Ja, da weisst du jetzt nicht, wer einen Fehler gemacht hat. Der ein fährt einfach raus und der andere überholt irgendwo im Scheiss. Einfach ins Auto rein gerannt. Ja, in gewissen Ländern ist sogar das Busfahrer gefährlich. Oh no! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ja, schau gut, schau gut! Oh shit! Ui! Ja, gegen so einen Schaufel will niemand fahren. Wow! Das klingt ja auch so, wie es klingt. Nicht gut, nicht gut! Oh shit! Einfach abgedrängt. Das wäre manchmal schon lustig. Das wäre manchmal schon lustig. Einfach... Einfach... Aber äh... Macht man natürlich nicht, he? Oh shit! Oh shit! Oh my god! I just crashed my boyfriend's car! So schlecht, hei! Von weitem... Also so schlecht, hei! Kannst ja gar nicht Auto fahren, hei! So, komm Kia! Fahr! Ah, berg an fahren, hei! Ja, Talent hast du oder nicht? Oh shit! Oh man! Ah! Oh! Oh! Ah, geil. Nö. Wollt er kehren oder abbiegen? Hört ihr so wie sonst gesagt? Und er hat es geschafft. Okay. Oh, Leben am Limit. Ich habe gerade alles geflogen, Mann. Hey, aber... Aha. Ah, das war Absicht gewesen. Der hat einen oben drauf, Mann. Ach du Scheisse, hey. Oh, 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 oh. Uiuiui. Es ging aber alles gut. Oh, shit. Irgendwo Ansehen an der Strassenschilder. Aber das ist schon verdächtig, wie viele... Oh, shit. Oh, 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 oh. Aber es ist krass, wie viele von diesen Videos einfach von Russland sind. Und das ist nicht irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Nur Russland Compilation. Gar nicht. Also... Oh. Oh. Oh, schöner Range Rover. Oh. 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 Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui mit unter 3, unter 4 Super Ja, das wär's gewesen vom ersten Reaction Video Idiots & Cars das Original Video ist natürlich in der Beschreibung vergesst nicht abonnieren, liken Glocke anklicken und so weiter, ich bin jetzt wieder ein bisschen aktiver auf Youtube und Twitch Checket mein Twitch Ähm, ja, bis zum nächsten Mal Ciao